Musik Jedes Jahr erstellt die Stadt Gelsenkirchen einen Haushaltsplan. Und ab jetzt können sich die Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen. Sie können ihre Anregungen, Vorschläge und Ideen einbringen. Denn sie sind die Experten für ihren Ortsteil. Wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung nötig wäre, wo ein Kinderspielplatz fehlt oder wo eine kleine Veränderung großen Nutzen bringen könnte. Machen Sie doch auch mit. Mitmachen ist ganz einfach, zum Beispiel übers Internet unter www.bürgerhaushalt.gelsenkirchen.de. Dort können Sie sich anmelden, sechs Wochen lang Ihre konkreten Vorschläge abgeben, alle Vorschläge kommentieren und danach bewerten. Hm, Daumen hoch oder Daumen runter? Welche Vorschläge schaffen es wohl in die besten Liste? Übrigens, Vorschlagbögen für Ihre Ideen finden Sie auch in den Bürgercentern und den Standorten der Stadtbibliothek. Also, machen Sie mit, her mit den guten Ideen! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017